Gut, fangen wir an. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. In diesem Vortrag geht es um manpages.debian.org. Hoffentlich stimmt ihr mir nach dem Vortrag spätestens zu, dass das die sinnvollste Man-Page-Seite ist, die es derzeit so gibt. Ich werde versuchen, euch näher zu bringen, warum ich die Seite gemacht habe. Mein Name ist Michael Stapelberg und ich bin im Debian-Projekt aktiv. Zunächst skizziere ich mal, was euch erwartet. Wie gesagt, ich werde motivieren, warum das Projekt entstanden ist. Ich werde eine Übersicht geben, wie man eigentlich Man-Pages aus Debian-Paketen extrahiert, wie genau wir die nach HTML wandeln und wie wir sie letztendlich ausliefern. Das sind die drei großen Bestandteile des Vortrags. Dann werde ich auf die Laufzeitumgebung eingehen, in der das Ganze läuft, an ein Fazit ziehen und dann haben wir noch Zeit für Fragen und Antworten. Sofern ihr Fragen habt, die für das unmittelbare Verständnis des Vortrags super wichtig sind, könnt ihr euch gerne melden und dann nehme ich euch dran. Ansonsten machen wir es einfach am Ende. Zur Motivation. Man-Pages im Browser zur Verfügung zu haben, ist oft einfach bequem. Es gibt viele Szenarien. Angenommen, ihr sitzt irgendwie in der Straßenbahn und unterhaltet euch über irgendwas und wollt schnell mal nachschauen, wie war das eigentlich, kann Weget diese eine Option, den neuen Header oder was weiß ich was und dann hat man eben nicht gerade einen Terminal zur Hand oder es wäre ziemlich unbequem, einen Terminal zur Hand zu haben. Oder man ist gerade in einem Rescue-System, weil der Computer nicht mehr läuft oder der Server nicht mehr läuft und man hat gerade sein Smartphone. Es gibt viele Anwendungsfälle, wo das einfach sehr nützlich ist. Außerdem ist das Textrendering besser, man kann angenehmer zoomen und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich brauche euch nicht davon überzeugen, dass man das gelegentlich machen möchte. Leider ist es so, dass die existierenden Man-Page-Archive generell mehrere Schwächen haben. Zum einen sind sie unvollständig. Häufig war es also so, dass wenn ich nach einer Man-Page geschaut habe, ich die in den verschiedenen Man-Page-Seiten nicht finden konnte. Ich habe später auch nochmal eine Übersichtstabelle, wo ich ein paar Beispiele rausgegriffen habe, stellvertretend für ganze Klassen an Man-Pages, die aus den bestehenden Seiten einfach fehlen. Dann sind diese Man-Page-Archive oftmals alt. Also bei manchen ist es so, dass sich jemand hingesetzt hat, irgendwann mal die aktuelle Version von Debian da reingeworfen hat und es seither nie wieder aktualisiert hat. Andere sind besser, aber sagen zum Beispiel in der aller Regel auch nicht, welche Version von der Software sie dokumentieren oder woher diese Man-Pages eigentlich kommen. Als wäre das noch nicht genug, ist es auch so, dass einige dieser Seiten vollgestopft sind mit Werbung, also generell einfach keine gute User-Experience bieten und ich dachte mir, das können wir doch eigentlich alles besser. Im Verlauf des Projekts, also nachdem ich gesagt habe, ich muss jetzt meine eigene Software dafür bauen und eine eigene Seite dafür hochziehen, habe ich festgestellt, Moment, da gibt es im Debian-Projekt ja schon eine Seite. Das ist eben manpages.debian.org. Die kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich hatte nämlich ausprobiert man.debian.org und das ging eben nicht. Und manpages.debian.org konnte man auch nicht finden. Die war nämlich zeitweise aus den Suchmaschinenindexes rausgeflogen. Das lag daran, dass die Seite implementiert war über einen CGI-Skript. Einige von euch kennen das sicher, wenn man sich zum Beispiel die Freebies-Demand-Pages anschaut, dann kriegt man quasi einfach, wie wenn man mann und dann den Begriff eingeben würde im Terminal, kriegt man genau die gleiche Ausgabe. Es ist also einfach so Blogsatz und Text und sowas. Und dieses CGI-Skript hat auch einen Caching-Layer und so, also sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Aber was passiert ist, ist, dass eine andere Webseite kaputt gegangen ist. Irgend so eine Gamer-Webseite, ich weiß nicht genau, was da vorher drauf war, aber aus irgendwelchen Gründen hatten die Server-Probleme oder was weiß ich. Und irgendwann kam die wieder und hat einfach die Apache-Standardseite ausgeliefert. So weit, so gut sollte man meinen. Allerdings ist es so, dass in der Debian-Apache-Version die Standardseite einen Link enthält auf die Man-Pages für die A2-N-Seite und A2-Diss-Seite-Programme, sodass die verwirrten Besucher von dieser Spiele-Webseite nicht wussten, so was läuft hier, wie komme ich auf meine Seite und klicken einfach alle diese Links an. Und dann hat man tausende Leute, die sich auf einmal diese Man-Pages anschauen wollen und die arme Seite war hoffnungslos überlastet. Deswegen mussten wir sie also abschalten und für Crawler sperren, was der andere große Faktor war, der Load auf die Seite gebracht hat. Und deswegen kannte sogar ich die nicht. Mittlerweile funktioniert sie aber wieder und mehr Details gleich. Jetzt schieben wir erstmal eine kurze Demo ein, weil ich kann euch eine Stunde lang von dem Projekt erzählen, aber schöner ist es eigentlich, wenn ihr euch das mal kurz anschauen könnt. Ich habe hier ein paar interessante Seiten rausgegriffen. Die W3M-Seite ist ein ganz guter Einstieg. Wir können aber mal von Anfang anfangen. Also wenn man auf Man-Pages-Debian.org geht, dann landet man auf dieser Übersicht-Seite. Da sagt er, man kann hier den Namen von der Man-Page eingeben, wenn man schon weiß, was man sucht. Man kann sich ansonsten aber auch die Einleitungen in die verschiedenen Sections, die es in den Man-Pages gibt, anschauen oder das ganze Repository einfach browsen. Das ist hauptsächlich nützlich für Suchmaschinen, wenn man mal ehrlich ist. So, gehen wir also nochmal zurück auf die W3M-Seite. Man sieht hier, es gibt die Überschriften und so. Alles ist hübsch in HTML dargestellt. Ist also nicht einfach so ein Text-Dump. Ist also optisch ansprechend und auch alles gut verknüpft. Also URLs und Referenzen auf andere Man-Pages sind auch dabei. Zusätzlich ist es so, dass man an der rechten Seite diese Navigations-Panels hat. Man sieht hier also ein paar Funktionen. Einen permanenten Link ist oftmals praktisch in Internet-Diskussionen oder wenn man auf die Seite einfach verlinken will, von der eigenen Webseite aus oder so. Man kann sich die Raw-Man-Page runterladen. Das ist hauptsächlich dafür praktisch, dass wenn man sie in einem anderen Man-Page-Viewer sich anschauen will, kann man sie einfach, also ich kann es hier, ich mache das mal kurz, sage Copy Link Address und dann sage ich Curl auf das, Man auf, ich glaube Dev-Standard-In muss man da benutzen. Genau. Und dann sehe ich die W3M-Webseite, Man-Page, egal ob ich sie jetzt auf meinem System verfügbar habe oder nicht. Könnte manchmal ganz praktisch sein. Es gibt auch tatsächlich einen Skript, wo jemand gesagt hat, ah, wenn man D-Man eingibt, dann soll man die Man-Page bekommen, egal ob sie lokal installiert ist oder nicht. Also der holt sie dann automatisch von dem Service ab. Das nur als Tipp am Rande. Auf der rechten Seite gehen wir mal weiter durch, sieht man dann die Table of Contents. Da kann man direkt in eine bestimmte Section springen, zum Beispiel Examples. Man sieht auch, dass sich das hier in der URL reflektiert. Das kann man also einfach Copy, Pasten und verwenden. Wenn man während dem Scrollen auf eine bestimmte Section gehen will, gibt es hier auch dieses Paragraph-Zeichen. Da kann man auch sagen Copy Link Address und dann kann ich das im Chat an irgendjemanden schicken. So, Table of Contents haben wir. Die anderen Versionen sollte relativ selbst erklärend sein. Alle Debian-Versionen, die aktuell supported sind, sind unterstützt. Man hat also Stable per Default, Old Stable, Testing und Unstable. Experimental ist auch beinhaltet, aber in Experimental gibt es eben derzeit kein neueres W3M-Paket. Die anderen Sprachen deuten an und sieht man hier auch, dass die Seite vollständig lokalisiert und internationalisiert ist. Das heißt, man kann Man-Pages in jeder Sprache browsen und das funktioniert auch korrekt mit den Cross-References. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dem TTY-Link folge, dann sehe ich dann auch die TTY-Man-Page auf Japanisch eben und dann kann ich sagen, Moment, das spreche ich ja gar nicht. Ich will sie lieber auf Deutsch sehen oder dann wieder auf Englisch gehen und so weiter und ich kann zwischen den Versionen hin und her springen. Also so wie man das eigentlich erwartet, aber die Navigation ist eben sehr vollständig. Es gibt recht viele Features und das Ganze ist relativ aufgeräumt. Zwei Sachen, denn noch der Vollständigkeit halber und dann sind wir aber auch durch, was die Features angeht. Man kann sich die anderen Sections auch anschauen. Zum Beispiel CronTab ist sowohl ein Dateiformat ein dokumentiertes als auch eine Utility, um diese Dateien eben zu verwalten. Das heißt, hier in Section 5 sehen wir, ah, das ist das Format an sich und in Section 1 sieht man Executable Programs oder Shell-Commands. Und dann sieht man hier auch noch ein besonderes Merkmal, nämlich dass CronTab in mehreren Binärpaketen in Debian enthalten ist und auf ManPages sind wir vollständig. Das heißt, wir indexieren alle diese und stellen alle diese zur Verfügung, egal welche der verschiedenen Cron-Implementationen man benutzt. Man kann die ManPage dafür finden. So, jetzt habt ihr einen Eindruck bekommen, was auf der Seite zu sehen ist und wie sich das so bedient. Und jetzt machen wir mal weiter mit, wie das eigentlich funktioniert. Als Übersicht, ich habe es ja in der Agenda schon angedeutet, die drei großen Schritte sind, man extrahiert die ManPages aus den Debian-Paketen, man wandelt sie nach HTML um, damit man sie ausliefern kann und den Browser anschauen kann und dann liefert man sie eben an die Endnutzer aus. Soweit kein Hexenwerk. ManPages extrahieren funktioniert folgendermaßen. Man muss die Binary Packages nehmen in Debian, denn die Source Packages enthalten den Quelltext. Im Quelltext sind in aller Regel die ManPages nicht als solche vorhanden, sondern die sind in anderen Formaten vorhanden, zum Beispiel ASCII-Doc oder DocBook oder sonstige Dokumentationsformate, die eben idiomatisch für die jeweilige Sprache sind, in der das Projekt gehalten ist und dann wird in aller Regel eine ManPage daraus erzeugt. Es gibt natürlich auch welche, die von Hand geschrieben und gepflegt werden, aber in aller Regel ist das eben nicht der Fall. Deswegen, im Gegensatz zu zum Beispiel Debian CodeSearch, ein anderes Projekt von mir, sind wir in diesem Fall nicht an den Source-Paketen interessiert in Debian, sondern an den resultierenden Binary-Paketen. So, wir können hier auch schon eine Optimierung anwenden, denn wenn wir für jeden Durchlauf von einem ManPages Debian-Org-Lauf alle Binär-Pakete runterladen müssten, dann müssten wir relativ viel Bandbreite aufbringen. Das sind 50 Gigabyte üblicherweise, aber man kann das auf 10 Gigabyte reduzieren, was eine signifikante Reduktion ist. Wenn man sich vorher die Contents-Datei anschaut, in der steht nämlich drin, welche Dateien in welchem Paket beinhaltet sind. Das benutzt auch das apt-File-Programm, wenn ihr das benutzt, wenn nicht, als Tipp vielleicht mal anschauen. Das heißt, wir können direkt sehen, es gibt Binär-Pakete, zum Beispiel Daten-Pakete für Spiele oder so, die gar keine ManPages enthalten und das sind üblicherweise auch die, die relativ groß sind. Die skippen wir also sofort und dann schauen wir uns die Binär-Pakete an. Ein erschwerend hinzukommender Faktor ist, dass Binär-Pakete architekturabhängig sind. Es gibt zum Beispiel also Binär-Pakete für AMD 64 und andere für i386. In Debian werden derzeit, ich glaube, Größenordnung 8 oder so Architekturen unterstützt. Das heißt, das sind einige. Die ManPages befinden sich glücklicherweise in dem Ordner User-Share-Man, der dokumentierter Maßen architekturunabhängig ist. Die Fußnoten auf den Folien bedeuten, dass das natürlich nicht immer der Fall sein muss. Es gibt tatsächlich auch Binär-Pakete, die ManPages beinhalten, die nicht in User-Share-Man liegen, die dann zum Beispiel nur einen Simlink auf die eigentliche ManPage in User-Share-Man platzieren oder die, noch schlimmer, eine Referenz, also einen Include auf diese ManPage machen. Zeige ich auch gleich noch, wie das funktioniert. Und das zum einen und das architekturunabhängig ist auch manchmal nicht wahr. Also manchmal gibt es Pakete, bei denen sich die ManPages unterscheiden, je nachdem, auf welche Architektur man schaut. Das liegt nicht notwendigerweise daran, dass die tatsächlich unterschiedlich sind, je nach Architektur, sondern vielmehr daran, dass die nicht reproduzierbar gebaut werden, in manchen Fällen, zum Beispiel, weil ein Timestamp mit drin ist oder sowas von dem aktuellen Datum, wenn die übersetzt wird aus dem Quellformat ins ManPage-Format hat und die Architekturen werden zu unterschiedlichen Zeiten gebaut, deswegen kommen da manchmal Unterschiede. Das ist aber ganz klar ein Bug und da kann man dann einen Debian-Bug feilen, das ist eine Policy-Violation, das muss dann der Maintainer fixen. So, jetzt gibt es aber manche Pakete, die es nur für wenige Architekturen gibt. Das heißt, wir können es nicht so einfach machen und sagen, ah, wir schauen uns einfach nur die AMD64-Binary-Pakete an, weil es gibt zum Beispiel sowas wie ZNES, das ist nur auf i386 vorhanden. Das funktioniert einfach nicht auf anderen Architekturen, das wurde noch nicht portiert. Und deswegen müssen wir also den Zusammenschluss aller Architekturen verarbeiten und dann deduplizieren. So, schauen wir uns mal an, was in UserShareMan eigentlich gespeichert ist. Ich habe hier oben mal das Namensschema draufgepackt. Man hat unterhalb von UserShareMan gegebenenfalls einen Unterordner für die Sprache, um die es geht, also sagen wir Französisch oder Japanisch, wie wir vorhin gesehen haben. Dann hat man einen Ordner Man und dann die Section-Nummer, also Man1 oder Man5 für wie vorhin die Formate oder das Tool. Dann hat man den Namen, sagen wir CronTab Punkt und dann nochmal die Section-Nummer, die wir ja eigentlich schon haben. Beispiele Man1-WGET Punkt 1, so weit, so gut. Anderes Beispiel fr.iso8859-1. Da sieht man schon, dass da auch Encodings eine Rolle spielen und dann als letztes Beispiel CA at Valencia, was vielleicht ein bisschen unüblicher ist, was man nicht sofort so kennt. Also die Locales spielen da auch eine Rolle. In Debian gibt es, wie ich gelernt habe bei dem Projekt, allerlei unsinnige Pfade auch in verschiedenen Paketen. Man findet zum Beispiel gelegentlich Dateien in man slash py und jetzt fragt man sich, welche Sprache ist eigentlich py und die Antwort ist, naja, das ist die Python-Dateierweiterung, die irrtümlicherweise in den Pfad mit reingenommen wurde, weil es einen Debian-Packaging-Helper-Tool gibt, welches als Format quasi für die Mahndateien schaut und nach der Erweiterung sie in die entsprechende Sprache einsortiert. Das heißt, wenn man sowas hat wie WGET Punkt 1, Punkt FR, dann sagt er, aha, klar, Französisch, aber wenn man irgendwie sowas hat wie WGET Punkt Pi, weil das in Python implementiert wurde, dann sagt er, ah, Pi ist die Sprache, stimmt aber gar nicht. Das muss man also fixen und da habe ich auch entsprechende Bug-Reports gefeilt. Das ist aber davon auszugehen, dass das immer mal wieder passiert. Also manchmal leidet die Qualität unseres Man-Page-Archivs darunter, dass die Quellpakete schon einen Bug haben. Ein anderer häufiger Fehler ist, dass die Dateien einfach ein falsches Suffix haben. Das ist eine Konsequenz davon, dass man die Section-Nummer wiederholt. Man hat sie sowohl in dem Ordner-Namen als auch im Dateien-Namen nochmal und dann kann man es natürlich auch falsch machen und das passiert dann natürlich auch. Es gibt noch einige andere Klassen von Fehlern. Für diejenigen, die es genauer interessiert, auf den Folien, die nachher auch online gestellt werden, ist der Link und da seht ihr dann eine schöne Auflistung, was da alles derzeit kaputt ist. Encoding habe ich gerade schon angerissen. Der Default für Man-Pages ist tatsächlich auch heute noch ISO 8859-1 und nicht etwa UTF-8. Allerdings ist der Default für jede Subdirectory anders. Jede Sprache hat quasi ihren eigenen Default. Ungarisch zum Beispiel hat ISO 8859-2. Und natürlich kann man das auch überschreiben für jede Subdirectory, wie wir vorhin gesehen haben. Als Beispiel nochmal das fr.ISO 8859-1. Es ist in der Praxis allerdings so, dass trotz der Tatsache, dass das Man-Programm davon ausgeht, dass alles erstmal ISO 8859-1 sein sollte, die meisten Pakete einfach UTF-8 verwenden und das auch aber nicht besonders kennzeichnen. Das heißt, in einem Ordner, in dem eigentlich ISO 8859-1-Dateien erwartet werden, sind in der Praxis eigentlich immer nur UTF-8-Dateien. Allerdings zu 89,8% nur und deswegen für das verbleibende 1,2% müssen wir halt auch die verschiedenen Charactersets implementieren. Das heißt, wir haben tatsächlich auch Code, der schaut, ist es gültiges UTF-8? Wenn ja, wird es einfach akzeptiert, wie es ist und wenn nein, dann schauen wir uns die Defaults für die jeweiligen Subdirectories an oder nehmen das Encoding, was im Ordner spezifiziert wurde. Wir wandeln dann einfach alles nach UTF-8 mit der Hoffnung, dass irgendwann mal einfach alles UTF-8 ist in Debian. Da könnte man vielleicht einen Release-Goal starten und dann entsprechende Quality Assurance Checks einbauen, dass man da mal in die richtige Richtung kommt und dann haben wir es einfach und können den Code rausschmeißen und nehmen einfach alles als UTF-8. So, dann habe ich vorhin auch schon kurz gesagt, es gibt einen Include-Mechanismus. Das ist das sogenannte .so. Das ist so eine Man-Page-Direktive, die steht für see other und das ist nichts anderes als ein Include. Das wird häufig genutzt für Header- oder Footer-Fragmente, die man in vielen Man-Pages gemein hat. Also wenn man zum Beispiel eine API-Dokumentation sich anschaut. Ich habe jetzt kein griffiges Beispiel parat, aber einige umfangreiche C-Libraries haben eben hunderte von Funktionen und damit die nicht den kompletten Header und Footer jeweils duplizieren müssen, sagen die, okay, den lagern wir aus in ein kleines Include-Fragment und dann werden die einfach dazu gepackt. Das normale Man-Programm fürs Terminal benutzt ein Programm namens zsoelim, um diese so-Direktiven zu ersetzen. Das Programm heißt ein bisschen komisch, wofür es steht, ist soelimination, also das Eliminieren von diesem Punkt so-Anweisungen durch eben das Einbinden der Dateien, um die es da geht. Das z am Anfang steht dafür, dass es auch komprimierte Dateien unterstützt, was nicht immer so war. Als kleine Randnotiz, im Fehlerfall ist das korrekte Verhalten oder das Verhalten, was eben alle Man-Viewer machen und wir deswegen auch so machen müssen, dass man einfach nichts einsetzt. Nicht etwa, dass man eine Fehlermeldung ausgeben würde. Tatsächlich gibt es auch mindestens ein Paket, ich glaube deutlich mehr, mit fehlerhaften SO-Direktiven, in denen man dann also, wenn wir Fehlermeldungen korrekt implementieren würden, lauter Fehlermeldungen über die eigentliche Man-Page-Seite hat, aber nur in unserem Viewer und nicht in allen anderen. Deswegen haben wir uns entschlossen, okay, dann machen wir es eben genauso und unterdrücken diese Fehlermeldungen. Wie wandelt man jetzt die Man-Pages nach HTML? Also wir haben jetzt gesagt, Binär-Pakete nehmen wir und extra hin die da raus, aber jetzt muss man sie ja umwandeln. Der erste Versuch, den wir gestartet haben, waren, wir benutzen grow-HTML. Das ist ein grov-Backend und grov ist wiederum die rov-Implementation von GNU und die wiederum wird verwendet von dem Man-Viewer im Terminal. Das heißt, da dachten wir, naja gut, wenn man den gleichen Viewer-Code nehmen kann und einfach ein anderes Backend haben kann, dann ist das die beste Option, weil es maximal kompatibel ist, quasi genauso, wie wenn man es sich im Terminal anschauen würde. Aber das Problem ist, ich habe hier das, der grov-HTML-Link führt auch auf das Paper, in welchem grov-HTML dokumentiert wurde. Das ist also quasi im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit entstanden. Und was grov-HTML versucht oder was das erklärte Ziel ist, ist möglichst nah an die original Man-Page ranzukommen. Dazu muss man jetzt erwähnen, dass Man-Pages ursprünglich quasi als so eine Art Druckersprache gedacht waren, ähnlich wie Postscript. Das heißt, man hat da lauter Anweisungen drin, nicht semantische Anweisungen, sowas wie, ah, hier fängt jetzt eine Liste an und hier habe ich jetzt Unterpunkte, sondern hat da Anweisungen drin wie, ja, bewege jetzt mal den Cursor um irgendwie 92 Punkt nach rechts und mache da jetzt einen Punkt hin, um ein Listenelement zu denotieren. Und das Problem ist also, dass grov-HTML sagt, naja, dann mache ich eben quasi maximale Kompatibilität mit, wie ein Drucker arbeiten würde. Das machen sie, indem sie HTML-Tabellen benutzen, um Sachen zu positionieren. Das heißt, man hat überall Tabellen und gar nichts semantisch. Und noch schlimmer ist, dass wenn grov-HTML an seine Grenzen stößt, dann hat es quasi diesen Fallback, dass es einfach sagt, naja, dann rendere ich das halt als Postscript oder was auch immer in ein Bild und binde das Bild ein. Das ist deswegen ganz schlecht, weil das Bild dann natürlich nicht ordentlich skaliert auf den verschiedenen Arten von Bildschirmen, die wir heutzutage haben, sondern eben einfach eine Rastergrafik ist, keine Vektorgrafik. Das sieht also schlecht aus, je nach Bildschirm und ist auch ein bisschen umständlich zu handeln in unserem Archiv. Wir haben uns dann also entschlossen, grov-HTML ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss für unser konkretes Projekt und haben dann ein anderes Tool probiert, nämlich DocLifter. DocLifter hat als Ansatz, dass es ManPages nach DocBook wandelt. Also, dass es aus diesem Drucker-Format quasi wieder was Semantisches macht. Auf der Website von DocLifter steht, dass es mit, ich glaube, 70 oder 80 Prozent an ManPages kompatibel ist. In meinen Tests war das leider nicht so. Da hat sich allerdings mittlerweile auch einiges getan. Also, damals mag das vielleicht wahr gewesen sein, aber heutzutage in dem aktuellen Debian werden gerade mal noch ein bisschen weniger als 50 Prozent der ManPages erfolgreich nach DocBook konvertiert. Außerdem ist das Tool leider sehr langsam und es hat verschiedene Encoding-Probleme. Es wurde in Python 2.7 noch geschrieben und nie irgendwie ordentlich auf Python 3 und oder Unicode-Handling konvertiert. Ich habe das dann probiert zu fixen, aber stellt sich raus, naja, wenn das eh die meisten ManPages gar nicht kann, dann ist das ein bisschen unsinnig. Letztendlich haben wir das Tool gefunden, bei dem wir dann auch geblieben sind und das ist ManDoc. ManDoc ist ein Rewrite von so einem ManVerarbeitungs-Stack sozusagen von den OpenBSD-Leuten. Das Tool ist besonders schnell. Es ist mit Abstand das schnellste, was wir uns angeschaut haben und vor allem, es produziert semantisches HTML5. Und das ist echt schön. Es ist ziemlich kompatibel. Ich sage nicht, dass es kompatibel mit allen ManPages ist. Bei manchen gibt es so kleinere Darstellungsprobleme, so Sachen wie, ah, die Liste ist jetzt nicht ganz richtig eingerückt, ist irgendwie nur ein Tab statt zweien sozusagen. Aber im Großen und Ganzen hat es ganz ordentliches Output. Jetzt hatten wir ein interessantes Problem, nämlich, wenn man ManDoc benutzt, dann ist das ganz normale Interface quasi für ManDoc, man füttert eben ein Dokument auf Standard In und es schreibt nach Standard Out beziehungsweise Standard Error, sofern es Fehlermeldungen gibt. Das kann man jetzt machen, aber wenn wir eben die 470.000 ManPages, die wir in Debian extrahieren und dann umwandeln wollen, dann dauert das zwei Stunden auf einem annehmbar schnellen Rechner. Wenn man aber schaut, was die CPU eigentlich macht, ist die gar nicht ausgelastet. Der komplette Overhead geht eigentlich drauf für Fork und Exec. Die Frage ist jetzt also, wie könnte man ManDoc einen Batch-Modus verpassen, damit man also nicht dauernd diesen Prozess aufsetzen und Laden-Overhead hat, sondern einfach sagen kann, komm, konzentrier dich aufs Umwandeln und dann kann man auch die CPU ausnutzen. Und die Antwort ist, wir erstellen ein Socket-Paar mit der Socket-Pair-Funktion und dann haben wir also zwei Sockets. Den einen Socket behalten wir in unserem Prozess, den anderen Socket vererben wir an ManDoc-D, was ein ManDoc-Batch-Dämon ist, den wir starten. Der ManDoc-Batch-Dämon erkennt dann, okay, ich habe jetzt hier einen Socket bekommen und liest über den File-Deskriptoren. Das funktioniert über die sogenannten Control-Messages. Ich habe hier auch einen Link auf die Folie gepackt. C-Message ist der passende Begriff, um sich das anzuschauen und wir schicken also quasi drei File-Deskriptoren als Ersatz für Standard-In, Standard-Out und Standard-Error. In dem ManDoc-Dämon werden die dann mithilfe von DUP2 auf die richtige Nummer gepackt, sodass der Rest von ManDoc nach wie vor denkt, er liest von Standard-In und schreibt nach Standard-Out und Standard-Error, aber tatsächlich schreibt er eben in einen Socket von uns und wir wiederum lesen das dann einfach im Speicher ein und packen das dann letztendlich in eine Datei. Das heißt, dadurch sparen wir uns komplett dieses, wir müssen neue Prozesse andauernd starten und tatsächlich bringt das die Zeit für das Umwandeln von ManPages massiv nach unten. Also statt, dass wir über zwei Stunden warten müssen, sind es nur noch 20 Minuten für die komplette Umwandlung. Das ist also signifikant und das Schöne ist, dass es recht wenig Code ist. Ich habe hier die Links auch auf die Folie gepackt. Der erste Link führt zu der Implementation der Server-Seite, also quasi der Parent-Seite, sage ich mal besser. Und ManDoc ist der Patch, den ich eben upstream geschickt habe, der ist jetzt also auch in der normalen ManDoc-Distribution drin, mit dem man den ManDoc-Demon bekommt, der dann eben diesen Socket versteht und davon die File-Deskriptoren lesen kann. Das ist eine recht schöne Technik, finde ich, weil man mit der mit ganz wenigen Änderungen ein bestehendes Programm von einem Single-Mode auf einem Batch-Mode packen kann, quasi. Also ich denke, da gibt es viele Anwendungsfälle und man kann das auch in anderen Programmen gut einsetzen. So, jetzt haben wir also ManDoc benutzt, um eine ManPage nach HTML zu wandeln. Was kommt als nächstes? Wir brauchen Cross-Referencing und Cross-Referencing funktioniert bei ManPages so, dass man nach allem sucht, was in etwa wie eine Cross-Reference aussieht. Es gibt dafür keinen Markup. Es gibt streng genommen Markup, aber kein verbreitetes Markup. Deswegen muss man sich sowieso anschauen. Beim Suchen muss man als kleine Spitzfindigkeit Formatierungsdirektiven ignorieren. Denn einige ManPages haben Sachen drin wie Name und dann in Kursiv Section oder Name in einem Link und dann Section nochmal hinten dran. Solche Sachen muss man natürlich strippen. Das heißt, wir müssen quasi in einer Plain-Text-Ansicht nach Cross-References suchen. Das erfordert allerdings auch, dass die Namen aller ManPages vor dem Umwandeln bekannt sind. Das heißt, wenn wir sowas finden, was wie eine Cross-Reference aussieht, dann wollen wir auch nochmal überprüfen, dass das wirklich auch eine Cross-Reference ist und wir das nicht irgendwie falsch interpretieren. Und deswegen machen wir quasi eine Plausibilitäts-Check. Das impliziert aber auch, dass wir während dem kompletten Umwandlungsprozess quasi eine globale Ansicht von allen ManPages in allen Suites von Debian haben, damit wir wirklich auch quasi sagen können, ist das jetzt eine Cross-Reference oder nicht. Derselbe Mechanismus wird auch für URLs eingesetzt und hier gibt es einen schönen Edge-Case, nämlich URLs, die Cross-References enthalten. Das kommt dadurch zustande, dass manche Autoren von ManPages nicht etwa eine Cross-Reference textuell eingebaut haben, sondern auf einen anderen Online-ManPage-Viewer verlinken, in dem dann wiederum der Name und die Section der ManPage drin steckt. Das handeln wir also auch korrekt, aber idealerweise wäre das eigentlich nicht nötig. Die Table of Contents wird so erzeugt, dass wir einfach nach Heading, also Überschriftselementen in dem HTML suchen, also H1 bis H6 und dann generieren wir eine ID daraus. Was ich dabei gelernt habe, ist, dass in HTML5 die IDs sehr freigiebig sind. Die einzigen Regeln dafür sind at least one character and no spaces. Das heißt, mit folgenden drei Zeilen Go kann man die Spaces ersetzen durch Underscores und sofern man mindestens einen Charakter drin hat, hat man dann eine gültige URL. Also hier kann man dann mit dem Fragment sagt man, das soll als Fragment enkodiert werden und wenn man dann dieses URL-Objekt in einen String umwandelt, dann kriegt man eine gültige Cross-Reference. So, jetzt haben wir also diese ManPages umgewandelt und Cross-References haben wir gemacht und wir wissen, wie das Table of Contents aussehen muss und so weiter. Jetzt ist die Frage, okay, wie bauen wir unser URL-Schema auf? Wohin packen wir die resultierenden ManPages? Und das Schema, für das wir uns entschieden haben, ist, dass wir als ersten Bestandteil die Debian Suite haben, also sowas wie Testing, Unstable, beziehungsweise die entsprechenden Namen dafür, sowas wie Jesse und Stretch. Dann haben wir das Binärpaket, aus dem wir die ManPages rausgeholt haben, damit wir mehrere ManPages mit dem gleichen Namen aus konfliktierenden Binärpaketen auch abbilden können. Dann kommt der Name der ManPage, Section und die Sprache. Damit haben wir also alles abgedeckt. Und das Schöne an dem URL-Format ist, dass man jeden Teil, außer dem Namen natürlich, man muss ja wissen, was man anspricht, auch weglassen kann. Das heißt, die URLs, die ich hier draufgepackt habe, sind alle valide. Man kann zum Beispiel sagen, ah, ich möchte mir die ManPage für i3 anschauen. Dann sagt er, okay, du willst wahrscheinlich die ManPage aus Debian Stable. Das benutzen die meisten Leute und schaut nach, was der Browser schickt an entsprechenden Language Headern. Da gibt es diesen Accept Language Header und dann sagt er, ah, du sprichst Deutsch am besten und Englisch als zweitbestes. Die ManPage gibt es nur in Englisch, ich gebe dir die englische. Oder die ManPage gibt es in Deutsch, kriegst du die deutsche. Wenn man dann genauer werden will, dann kann man sagen, okay, ich möchte die ManPage aus Stable oder Unstable Testing und so weiter. Oder man kann sagen, ich möchte die ManPage aus Stretch. Dann kriegt man einen Link, der länger funktioniert, weil Stretch eben den Zyklus durchmacht. Im Moment ist es Testing, bald wird es Stable, dann wird es irgendwann Old Stable und irgendwann gibt es es dann nicht mehr. Aber da kriegt man quasi den Link, der am längsten funktioniert oder besser gesagt, der am längsten auf das gleiche Dokument zeigt, wenn man wirklich irgendwas Spezifisches für diese ManPage-Version dokumentieren möchte. Und zu guter Letzt hier ein voll ausgestatteter Link. Da würde man auf die CronTab.5 ManPage verweisen in Jesse aus dem Cron-Paket. Permalinks macht man allerdings am besten ohne Sprache. Also der Link, den man jetzt hier quasi als vollen Link sieht, ist nicht ideal als Permalink, einfach weil der auf die englische Version zeigt und idealerweise würde man das dem Browser überlassen. Deswegen der Permalink-Button, den ich vorhin gezeigt habe, in den Panels an der Seite, der macht das Richtige. Den sollte man dafür verwenden. Wie dieser ganze Mechanismus funktioniert, um von der verkürzten URL auf die komplette URL zu redirecten, ist hier in dem Link erklärt. Das ist einfach, der Mechanismus schaut halt einfach, welche Kandidaten habe ich und dann nach deterministischen Regeln narrowt der das down auf halt letztendlich einen Kandidat und liefert den dann aus. Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ein Punkt, den ich erklären möchte, ist, dass der als separater Server implementiert ist. Denn alles, was ich bislang erklärt habe, kann man komplett statisch abhandeln. Und so ist es tatsächlich auch implementiert. Das heißt, DebiMan, das Programm, mit dem diese ManPage-Seite eben erzeugt wird, ist ein Batch-Programm. Das kann man periodisch laufen lassen und das wandelt einfach aus einem Debian-Archiv ManPages in eine statische Seite um, also ein statisches Archiv an ManPages. Zusätzlich zu diesem statischen Korpus, den es ausspuckt, generiert es einen Index-File. Dieses Index-File wird von dem separaten Server geladen und der weiß dann, okay, wenn Requests auf diese URLs kommen, dann schicke ich die dorthin. Das Konzept nennt sich Graceful Degradation, sodass wenn also in dem Server ein Bug ist oder wenn der Server abstürzt oder wenn er irgendwie überlastet ist oder so, dann klappen also die Redirects nicht mehr, aber alle Links, die Leute auf unserer Seite gepackt haben, die also nicht sich auf einen Redirect verlassen, sondern schon vollständig qualifiziert sind, wie es üblicherweise auch in Suchmaschinen-Resultaten der Fall ist, funktionieren dann immer noch. Das heißt, die wichtigste Traffic-Quelle, also Suchmaschinen-Links funktionieren noch, selbst wenn quasi bei uns alles schiefläuft. Zur Spracherkennung, ich habe ja schon erwähnt, dass es diesen Accept-Language-Header gibt. Hier ist nochmal, wie das aussehen kann. Man hat hier diese Sprachen, zum Beispiel FRCH, also Französisch, wie es in der Schweiz gesprochen wird und Französisch egal wo. Dann hat man hier einen Wert, also der Browser sagt quasi, Französisch ist die erste Wahl, das ist über den Quality Score 09, dann geht es weiter mit Englisch, Deutsch und ansonsten gibt mir einfach irgendeine Seite, das passt schon, irgendeine Seite ist besser als keine Seite und die Server implementieren tatsächlich auch, ich gebe keine Seite aus, wenn kein Header matcht, also das muss man tatsächlich so machen. Und wir machen nicht nur an dieser Stelle, sondern generell überall, wo es um Transitions geht, also wo man von einer Man-Page zu anderen kommt, zum Beispiel bei den Cross-References, wie ich es vorhin gezeigt habe, einen vollständigen Language-Match. Das heißt, solche Sachen, wie das Norwegisch-Sprecher auch dänische Seiten verstehen können, sind abgebildet, sodass also man immer eine hohe Chance hat, dass wenn es eine Man-Page gibt, die man verstehen könnte, man auch auf diese geleitet wird. Das finde ich eine relativ angenehme Experience für Leute, die eben Man-Pages in Nicht-Englisch lesen möchten. Zusätzlich haben wir eine OpenSearch.xml-Datei, das ist so eine Beschreibungsdatei für Suchmaschinen, die macht, dass man in der Adresszeile, beziehungsweise im Suchfeld, je nachdem, ob man Chrome oder Firefox verwendet, den Anfang der Seite einfach eingeben kann, also nachdem man Man-P oder wie viel auch immer Buchstaben ihr braucht, um das eindeutig zu machen, gedrückt hat, kann man Tab drücken und dann den Namen eingeben, auf den man möchte, mit Enter bestätigen und dann kommt man direkt auf diese Seite. Implementiert ist das über diesen Jump-Händler, der dann einfach einen Redirect macht. So, gehen wir mal auf die Laufzeitumgebung ein. Es gibt vom Debian-Sys-Admin-Team eine VM für das Man-Page-Projekt, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. Da lief auch schon das alte System drauf, deswegen haben wir die einfach weiter übernommen. Die heißt Manziali und die läuft auf einem HP-Blade-System bei ByteMark-Hosting. An dieser Stelle also danke sowohl an ByteMark als auch an das DSA-Team für die Hardware-Spende und das Betreiben dieser Hardware. Als CPU steckt da drin ein AMD-Optaron-System der 2-3er-Serie. Mehr kriege ich aus dem Proc-CPU-Info nicht rausgelesen. Wenn man aber auf Wikipedia schaut, dann sieht man, dass diese Serie aktuell war 2008-2009. Das ist also bald eine 10 Jahre alte CPU, nur um mal quasi ein Bild zu schaffen, auf welcher Umgebung wir da laufen. An Arbeitsspeicher haben wir zwei Gigabyte zur Verfügung und die Storage ist so, was auch immer an Spinning-Disk damals in dieses HP-Blade-System eingebaut wurde. Also keine SSD oder so. Die Größenordnungen, über die wir hier sprechen, sind, man kann den kompletten Durchlauf von DebiMann über alle Debian-Suites, alle Mann-Pages machen in Minuten auf meiner Workstation und in Stunden auf dieser Fall. Die genauen Messwerte habe ich hier auch verlinkt. Jetzt könnte man sich vielleicht fragen, warum rede ich hier überhaupt Geschwindigkeit? Aber ich finde, dass Geschwindigkeit durchaus wichtig ist, auch wenn es um solche Batch-Systeme geht. Man könnte sagen, na gut, dann kommt halt eine Mann-Page, wenn sie nach Debian wandert und aktualisiert wird, erst irgendwie morgen in Mann-Pages-Debian.org und nicht schon heute. Aber es gibt noch zwei weitere Punkte, bei denen das wichtig ist. Das eine ist Disaster Recovery. Wenn ihr mal versucht habt, einen Ordner zu sichern mit quasi egal welchem Backup-Programm, im konkreten Fall von diesem Setup nutzt, das DSA-Team-Bacular, dann werdet ihr feststellen, wenn ihr Ordner habt mit Millionen von Dateien drin, dann skaliert das nicht besonders gut. Also die Dateien sind alle sehr klein, sind irgendwie nur ein paar Kilobyte und deswegen ist quasi der Overhead, die Metadaten, die man dafür braucht, um das zu verwalten, massiv. Und wenn man jetzt also quasi sagen würde, wir möchten den Datenbestand sichern, um ihn nachher wieder herzustellen, dann ist es tatsächlich so, dass es schneller geht, ihn komplett neu zu erzeugen, als ihn wieder herzustellen. Das heißt aber auch, dass je schneller wir das komplett erzeugen können, desto schneller sind wir wieder online, wenn tatsächlich irgendwas passiert. Die Geschwindigkeit von diesem Batch-Prozess ist also Teil unserer Disaster Recovery Story. Weiterhin ist es wichtig für die Developer-Velocity. Das heißt, ich persönlich mag nicht lange warten auf Programme, wenn sie laufen. Das heißt, von Anfang an habe ich darauf geachtet, dass das möglichst schnell läuft, weil je langsamer es läuft, desto demotivierter bin ich, desto weniger kann ich das entwickeln. Und ich denke, es geht auch anderen Leuten so, wenn ich sagen kann, hey, wenn du einen Patch beisteuern willst zu ManPatchesDebian.org, das Einzige, was du machen musst, ist irgendwie kurz das Programm laufen lassen, fünf Minuten kommst du wieder und dann kannst du schon loslegen und deine Änderungen testen und dann einen inkrementellen Lauf starten. Das ist deutlich attraktiver, als wenn ich sagen muss, aha, du musst jetzt erstmal irgendwie Sachen installieren und dann vielleicht übermorgen kannst du es testen, die Veranstaltung ist längst vorbei und dann hat man die Motivation verloren. Für mich persönlich ist das also sehr wichtig. Das DSA-Team benutzt ausschließlich Apache 2. Ursprünglich hatte ich einfach eine Nginx-Konfiguration, die relativ schmal ist. Ich zeige das auch nachher noch, wie das genau funktioniert, aber ich musste das dann eben umstellen auf Apache 2. Wie wir die Seite tatsächlich ausliefern, ist über ein Setup, welches sich Static Mirroring nennt. Das wird im Debian-Projekt genutzt, nicht nur für ManPatchesDebian.org, sondern auch für andere Seiten. Es wird auch im Tor-Projekt benutzt, weil Peter Palfrada, der das geschrieben hat, in beiden Projekten aktiv ist. Im Wesentlichen ist das R-Sync mit ein paar Konfigurationsdateien, damit man weiß, was von wohin geschoben wird. Aber was eben passiert ist, dass auf der Manziale v.a. wir nicht die Seiten tatsächlich auch ausliefern, sondern dort erzeugen wir sie nur und dann ersinken wir sie auf ein paar statische Mirrors, die dann eben näher an unseren Endnutzern sind, also verteilt auf mehrere Kontinente und die vor allem eine höhere Verfügbarkeit haben, weil in diesem Setup DNS-Anpassungen gemacht werden, wenn immer es geplante Wartungsarbeitungen gibt. Zum Beispiel bei Kernel-Updates, die ja regelmäßig passieren sollten und auch im Debian-Projekt regelmäßig passieren für DSA-gewartete Systeme, wird vorher der DNS-Record rausgenommen für das System, welches aktualisiert wird, dann wird das Update gemacht, dann der DNS-Record wieder rein und dann geht's weiter. Daher haben wir also keinen Single Point of Failure in unserer Infrastruktur, wie das früher der Fall war. Also früher war die ManPage-Seite quasi ein Single Point of Failure nur mit dieser einen VM, die dann komplett überlastet war, wie am Anfang erklärt. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Wir haben die Debian-Software angepasst, damit das in diesem Setup auch gut funktioniert und was ich damit meine ist, dass wir die Redirects, die ich gerade eben beschrieben habe, als in einem separaten Server laufend, in Apache-2-Config reimplementiert haben. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir erzeugen eine sogenannte Rewrite-Map. Das ist ein Apache-Feature, in dem man quasi so einen Key-Value-File hat. Intern ist das eine Berkeley-Datenbank und was wir hier also haben, ist, wir haben ein Tool, welches den erzeugten Index umwandelt in eine Rewrite-Map. Wir machen das parallelisiert, damit wir alle CPU-Kerne ausnutzen können. Dann sortieren wir das Ganze und mergen es in eine große Datei. Und anschließend kommt hier dieser Base64-Fluch und was sich hier hinter verbirgt, ist eine leere Datenbank-Datei, die ich mit einem Tool erstellt habe auf meinem Computer, weil ich in diesem Tool eben angeben kann, welches Datenbank-Format genutzt werden soll und in dem HTTX-T2-DBM-Tool kann ich das eben nicht machen. Blöderweise ist der Default für die Berkeley-Databases nämlich auf einem Format eingestellt, welches unvorteilhaft ist für uns, wo also das Einfügen von den ganzen Einträgen über diesen HTTX-2-DBM-Befehl und auch das tatsächliche Lookup deutlich länger dauert, als es eigentlich laufen müsste. Also das ist ein massiver Speedup und deswegen lohnt es sich auch hier diesen unwartbaren Fluch an leerer Datenbank-Datei hier drin zu haben. Das Gute ist nämlich, dass HTTX-T2-DBM, wenn die Datenbank schon existiert, die einfach weiter verwendet. Das heißt, wir können einfach einmal sagen, hier nehmt die richtigen Parameter und dann müssen wir uns nicht mit dem Tool drum schlagen. So, das liest also diese Rewrite-Map, die wir erzeugt haben im textuellen Format ein, erstellt eine schnelle Lookup-Table draus und der Apache benutzt die dann. Dadurch sind die allermeisten Redirects, in die ihr lauft, von dem Static Mirroring Setup schon abgehandelt. Die Alternative dazu ist, dass das Static Mirroring Setup erst, wenn ihr es anspricht, erkennen müsste, oh, ich muss hier ein Redirect machen, euch dann auf einen komplett anderen V-House redirectet, wodurch ihr einen neuen DNS-Lookup, neuen TLS-Handshake und so weiter braucht, der dann wiederum, auf dem läuft dann der AUG-Server, der den dynamischen Redirect macht und der schickt euch dann wieder zurück. Und das Setup hat eine furchtbare Latenz, deswegen haben wir uns dafür entschlossen, wir machen das nochmal so, dass der Apache die Redirects in den meisten Fällen schon abhandeln kann. Die einzigen Edge-Cases sind, wenn ihr eine 404-Seite ansteuert, wenn also der Apache denkt, oh, da ist vielleicht ein Edge-Case, den ich noch nicht abgedeckt habe, dann leitet er euch immer noch an den dynamischen Redirector weiter. So, hier ist das entsprechende Pendant zu der Apache-Config, also das ist jetzt, wie man diese Redirect-Map tatsächlich auch benutzt. Ich habe das erzeugt, in mehreren Abenden die komplette Dokumentation des Mod-Rewrite-Moduls von vorne bis hinten zu lesen, also kein Scherz, ich habe die wirklich von Anfang bis Ende gelesen und ich glaube, dass diese Config alle Features, die signifikant sind in dem Modul, mindestens einmal verwendet. Ich bin auch überzeugt, dass das Mod-Rewrite quasi Turing vollständig ist, also ihr könnt da sicherlich irgendwie einen Brain-Fuck-Interpreter einbauen oder sowas. Was hier passiert ist im Wesentlichen einfach, dass er den Accept-Language-Header nimmt und den verarbeitet, aber es gibt allerlei Edge-Cases, weswegen man komische Statements nehmen muss, zum Beispiel hier Set-Enf-If, weil das an der richtigen Stelle in der Apache-Processing-Toolchain quasi passiert und lauter so Sachen braucht man, irgendwie Rack-Ex-Matches und so weiter und so weiter und das ist auch nur ein Auszug. Die vollständige Version habe ich auf der Folie verlinkt, wenn ihr euch das wirklich antun wollt. So, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, ich hatte eigentlich mit dem Nginx angefangen und da ist das Ganze auch deutlich einfacher, wenn man also sich überlegt, ah, vielleicht will ich auch so einen Setup haben, lokal, für was auch immer, wenn ihr zum Beispiel in der Firma irgendwie einen Debian-Derivat erzeugt und betreut und auch so einen Index haben wollt, könnt ihr das deutlich einfacher aufsetzen als irgendwie mit komplizierten Apache-Configs, die kein Mensch versteht. Auf der linken Seite habe ich eine Nginx-Config hingepackt, die sagt einfach, in Surfman befinden sich alle Dateien, setzt einen passenden Caching-Header, das gzip-static-always bedeutet, beziehungsweise das in Kombination mit dem g-unzip bedeutet, dass wir auf der Festplatte nur die gzip-komprimierten Dateien vorhalten und nicht beide Dateitypen vorhalten und für Browser, die kein gzip unterstützen, packt es dann der Server aus. Im Apache haben wir das auch, aber das ist dort deutlich komplizierter. Und dann sagen wir, dass alle URLs, die nicht gefunden werden, also die nicht vom Nginx direkt auf der Platte abgehandelt werden, an den AUG-Server gehen, der läuft dann hier auf Localhost auf einem Port und wie man den startet mit einer Systemd-Unit, habe ich hier auf der rechten Seite gezeigt, ist auch kein Hexenwerk dabei, man startet einfach diesen Server und kann ihn auch noch ein bisschen einschränken, damit er nicht unnötige Rechte hat, auf dem System alles mögliche zu lesen, kann man sagen. Der soll nur Read-Only-Zugriff haben und überhaupt ein eigenes Template und so weiter unter schön abgetrenntem User-Account laufen und dann soll der auch wieder neu gestartet werden, wenn der crashen sollte, aber der ist bislang stabil. Und mit diesen zwei Config-Files und Nginx und Systemd kann man das Ganze dann eigentlich bauen. Funktioniert relativ schnell. So, einen Edge-Case möchte ich noch kurz erklären, weil er auch in der Beschreibung für den Vortrag angekündigt war und ich will nicht, dass ihr hier enttäuscht rausgeht. Das sind nämlich die Slave-Alternative-Man-Pages. Die längste Zeit und auch nachdem ich das Man-Pages-Remake gelauncht hatte, waren die nicht implementiert, aber mittlerweile sind sie implementiert. Worum es dabei geht, ist, dass verschiedene Implementationen auf einem Debian-System gleichzeitig vorhanden sein können. Das sind Kandidaten, die sicherlich jeder kennt, wie zum Beispiel XWWW-Browser, also wenn ihr verschiedene Browser installiert habt, klar, oder VI. Ihr könnt verschiedene Versionen von dem VI-Editor installiert haben. Es gibt sowas wie Elvis oder VI-Tiny oder der volle Wim oder sowas. Oder auch Postgres, was oftmals in verschiedenen Versionen gleichzeitig in Debian vorhanden ist. Und wie das funktioniert, ist, dass die nicht nur Summ-Links für die Binarys haben, sondern eben auch für die Man-Pages. Damit man, wenn man sowas macht wie Man-Pg-Dump, man auch auf die Pg-Dump-Version kommt, die man gerade benutzt und nicht auf irgendeine oder die falsche. Wie das technisch funktioniert, ist, dass in dem Post-Inst-Skript, also einfach so ein Shell-Skript, welches nach der Installation von dem Paket ausgeführt wird auf dem Zielsystem, ein Aufruf drin ist auf ein Tool namens Update-Alternatives. Dieses Tool wird also, das richtet zur Laufzeit die Alternatives-Datenbank ein und das ist im Wesentlichen eine Summ-Link-Farm und hat aber keine formelle API oder ist auch nicht maschinenlesbar irgendwie beschrieben in den Man-Pages, sorry, in den Debian-Binary-Paketen, die die Man-Pages enthalten, sodass wir die Pakete irgendwo installieren müssen. Also wir können das nicht von außen sehen, dass die da, wir können schon sehen, dass die Update-Alternatives aufrufen, aber nicht wie genau. Man könnte sagen, ja, man könnte ja auf gut Glück probieren, irgendwie dieses Post-In-Skript zu parsen und zu schauen, was die da für Aufrufe machen, aber tatsächlich, ich habe es mir ein bisschen angeschaut, es gibt genug Debian-Pakete, die da wirklich komplizierte Shell-Anweisungen drin haben. Da müsste man also quasi eine komplette Shell nachimplementieren und damit ist das raus. Wir müssen also tatsächlich die Pakete irgendwo installieren und ab dann wird es schon wieder ein deutlich komplizierteres Programm und Setup, weil bislang ist es recht einfach. Man sagt eben einfach, hier ist irgendwie, diese Debian-Version will ich haben und dann lädt er die von dem Mirror und dann packt er die aus, aber jetzt müsste er auch tatsächlich Sachen installieren. Das macht das Ganze teurer und komplizierter und umständlicher. Deswegen haben wir uns entschlossen, das in einem anderen Teil der Debian-Infrastruktur abzuhandeln, nämlich in Pio-Parts und das ist ein Tool, welches die Installation und das Entfernen von Paketen durchspielt und dann schaut, ob auf dem System Pakete oder Dateien hinterbleiben, die eigentlich von dem Paket wieder hätten gelöscht werden sollen und dort installiert, also werden also ohnehin schon alle Pakete installiert und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das dort eh schon machen, dann können wir doch dort auch einen Log-File erzeugen, welches diese ganzen Update-Alternatives-Aufrufe in ihrer vollständig expandierten Form einfach mitschreibt und dann können wir die von dort aus parsen, weil dann ist es nur noch der Aufruf und die Parameter für das Tool, das kann man dann wiederum interpretieren und damit wird es dann möglich. Das haben wir dann auch so gemacht und nachdem Pio-Parts alle Pakete nochmal durchinstalliert hatte, haben wir jetzt einfach so ein paar kleine Datendateien, die lädt das Debian-Programm beim Start einfach mit ein und erzeugt dann die entsprechenden Symmelinks, wie als wären die in dem Debian-Paket schon drin. So, ich möchte jetzt nochmal ein Fazit ziehen. Wir haben eine attraktive Man-Page-Seite implementiert, auch mit einem Mobil-Layout für Smartphones, Tablets und so weiter. Sie ist sehr modern und sie ist vor allem sehr vollständig. In dieser Tabelle habe ich das mal übersichtsweise aufgeführt. Die Man-Pages-Debian-Org-Seite enthält alle Versionen von der CronTab-Man-Page. Sie enthält die Git-Build-Package-Man-Page. Die ist deswegen speziell, weil sie Debian-spezifisch ist. Also da sieht man dann quasi, welche anderen Man-Page-Seiten ihren Korpus auf Debian basieren. Die Man-Pages-Ubuntu-Seite. Nicht überraschenderweise hat natürlich auch das Git-Build-Package-Tool, weil das quasi aus Debian nach Ubuntu überschwappt. Aber man.cx zum Beispiel sieht man, ah, die sind auch Debian-basiert, aber die ganzen anderen Man-Page-Seiten sind zum Beispiel nicht Debian-basiert. Dann JavaFX-Packager ist ein anderes interessantes Beispiel, weil die eben so einen Symbling verwenden und ihre Man-Page in einem ganz anderen Ordner haben. Das bricht schon einige andere Man-Page-Archive. Bei uns funktioniert das. Zetsness ist deswegen interessant, weil es nur in i386 ist und TopHat ist deswegen interessant, weil es nur in AMD64 ist. Da kann man also sehen, welche Architektur nutzen die Man-Page-Seiten. Man.cx ist, wie wir jetzt also deduziert haben, eine i386-Version von einem alten Debian-Stable. Dann haben wir W3M als Beispiel und hier sehen wir, dass das in den meisten Archiven gar nicht drin ist, was super überraschend ist, weil W3M ist schon wirklich kein exotisches Tool. Auf Man.cx ist es drin und auf der Ubuntu-Man-Page-Seite ist das Encoding kaputt. Dann haben wir W3M.1.de. Das ist deswegen ein interessantes Beispiel, weil es neuer ist. Also das wurde erst kürzlich in W3M hinzugefügt, die deutsche Übersetzung und da sieht man dann, wie aktuell die Archive jeweils sind. Hier sieht man also Man.cx ist damit raus und Ubuntu und Debian bleiben übrig. Der gravierende Vorteil gegenüber, also mal abgesehen von dem Encoding und der Vollständigkeit, den die Debian-Man-Page-Seite gegenüber der Ubuntu-Man-Page-Seite hat, die tatsächlich ziemlich brauchbar ist, muss man sagen, ist, dass eben alle Pakete, also alle konfliktierenden Pakete auch ordentlich gehandelt werden, wie eben am Beispiel von der CronTab-Seite gezeigt. So, eins möchte ich auch noch erwähnen, das komplette Projekt wurde in Go implementiert. Im Nachhinein muss ich sagen, das war eine gute Wahl, nicht nur, weil ich Go sehr gerne mag und standardmäßig meine Projekte damit implementiere, sondern auch, weil, wie sich herausstellt, die Funktionalität größtenteils von der Standard-Library abgedeckt wurde. Wir brauchen ganz wenige externe Packages. Pakete, die wir hier brauchen, sind die experimentellen Text- und Netzlash-HTML-Pakete, mit denen wir also das HTML verarbeiten, um die Headings wieder rauszuholen und Text eben für dieses ganze Characterset-Handling und Lokalisierung und sowas. Und dann brauchen wir von Paul Tag die Debian-Packages, die eben uns erlauben, Debian-Paketlisten einzulesen und Debian-Pakete aufzumachen und solche Sachen. Vor allem aber war interessant zu sehen, dass Nebenläufigkeit sehr einfach umzusetzen ist, das heißt an verschiedenen Stellen parallelisiert Debian massiv. Das führt dazu, dass wir maximale Ressourcenausnutzung tatsächlich recht einfach erreichen können. Also ich habe immer geschaut mit D-Start zum Beispiel oder anderen Tools, mit denen man Systemaktivität visualisieren kann, wo ist gerade der Flaschenhals. Und dann habe ich geschaut, ist das ein Flaschenhals, den ich erwarten würde oder nicht. Zum Beispiel, wenn man Debian zum ersten Mal startet, dann muss er natürlich erstmal alle Debian-Pakete einlesen. Das muss er also übers Netz machen, wenn man die nicht lokal vorhält und dann kann man also sehen, okay, wenn man eine Gigabit-Leitung hat, dann lasst er die vollständig aus. Danach muss er das Ganze also auspacken, da würde man dann erwarten, okay, Festplattenaktivität würde man erwarten und CPU-Aktivität. Wenn es ein inkrementeller Lauf ist, muss er schauen, welche Seiten oder welche Pakete haben sich mittlerweile geändert. Da würde man also auch erwarten, okay, das blockiert auf die Festplatte und oder aufs Dateisystem, weil er halt alle Einträge quasi einmal durchstatten muss. Tatsächlich können wir das als kleine Randnotiz innerhalb von zwei Sekunden bewerkstelligen. Also Millionen von Dateien auf einer SSD kann man einfach, wenn man es effizient macht, in zwei Sekunden komplett durchstatten, was signifikant schneller ist, als Find oder andere Tools das können. Und so habe ich also quasi bei jedem Schritt geschaut, so ist hier das Bottleneck das Richtige und so lange den Code entsprechend optimiert, bis es das Richtige war. Das heißt, ich bin relativ zuversichtlich, dass Debian nicht nur heute gut funktioniert auf den Rechnern, die wir aktuell haben, also sowohl den alten Rechner, diese alte VM, auf der das läuft, als auch auf modernen Rechnern wie meine Workstation zu Hause, sondern dass auch in Zukunft, wenn die Rechner noch mehr parallel werden und noch schneller werden, das Programm sich gut anpassen kann und quasi maximal schnell bleibt. Das einzige, was man erwähnen muss als negativer Punkt ist, dass wir auf der VM, auf der wir laufen, nur relativ wenig Speicher haben, zwei Gigabyte RAM nur und da sind wir am Anfang relativ oft angeeckt, weil quasi der ursprüngliche oder der erste Instinkt, den man eben hat als Programmierer ist okay, ich mache erstmal den simplesten Algorithmus, der funktionieren kann und dann verschwendet man gegebenenfalls Speicher. Das ist am Anfang passiert und dann muss man eben schauen, wo geht der Speicher hin und wie kann man das effizienter gestalten. Da gibt es glücklicherweise einen Profiler, der heißt PProf. Ich habe hier den Blog-Eintrag verlinkt, wo man sehen kann, wie das funktioniert und damit konnte man das Problem dann wunderbar lösen. So, jetzt sind wir am Ende der Folien angekommen. Ich bin jetzt gerne noch bereit für eine kleine Q&A-Session. Mehr Infos zu dem Projekt an sich findet ihr auf dem GitHub-Repository. Die Seite an sich seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen zu benutzen, also einfach manpages.debian.org, wenn ihr nicht ohnehin schon dorthin geschickt worden seid, wenn ihr irgendwie auf Google nach einer Man-Page sucht. Wenn ihr Interesse daran habt, eine DebiMann-Instanz auch für eure Lieblings-Distro aufzuziehen, sei sie jetzt Debian-basiert oder nicht Debian-basiert, wäre ich auch interessiert daran. Einfach mich mal ansprechen, dann können wir schauen, wie wir das machen können. Und zu guter Letzt würde ich mich auch über Feedback zu dem Vortrag freuen, ob es euch gefallen hat oder was ich verbessern könnte, ist es hier der Link auf den Folien oder auch der QR-Code, wenn ihr das schnell scannen wollt. So, dann sage ich erstmal danke und jetzt können wir fragen. Bitte schön, Mikrofon. Wie handelt ihr Updates von Paketen? Wird das irgendwie reingepusht oder läuft da ein Cron-Job jeden Tag und der baut das neu? Ursprünglich hatten wir einen Cron-Job, aber tatsächlich ist mittlerweile dadurch, dass das auch auf offizieller Debian-Infrastruktur läuft, das Programm in den sogenannten Mirror-Push integriert. Das heißt, es gibt in Debian, wie du vielleicht weißt, viermal am Tag einen Update, in dem Pakete, die bereits nach Debian akzeptiert wurden, auch tatsächlich sogenannt installiert werden und dann auf den Mirrern auch aktualisiert werden. Das heißt, immer wenn das passiert und nachdem der Mirror, den wir benutzen, gerade aktualisiert wurde, kriegen wir sofort eine Push-Notification, ein neuer Run läuft los, wir verarbeiten die Pakete, das bewegt sich in der Größenordnung von Minuten und dann dauert es eigentlich nur noch, bis die Static Mirroring-Infrastruktur unsere neuen Seiten aufgepickt hat und verteilt hat. Das bewegt sich nochmal im Minuten- bis Stundenbereich, je nachdem, ob da gerade alles rund läuft und wie viel Daten da zu verarbeiten sind. Das heißt, üblicherweise, wenn du jetzt ein neues Paket nach Debian hochladen würdest oder eine neue Version von einem Paket, was du betreust, dann, wenn du das am Morgen machst, solltest du am Nachmittag spätestens deine Änderungen schon live begutachten können. Weitere Fragen? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann machen wir an der Stelle Schluss und wenn euch noch was einfällt, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich bin noch die ganze Zeit da und freue mich mit euch darüber zu diskutieren. Dankeschön. Applaus 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 Vielen Dank.